Was ist Ihnen wichtig im Hinblick auf Ihr Studium, Ihre berufliche Tätigkeit und deren Platz im Leben? Wir haben alle verschiedene Werte, auf denen unsere Entscheidungen beruhen. Im Intro-Video zur Selbsterkundung haben wir schon den Konflikt angesprochen zwischen dem Interesse an einem Medizinstudium, um Menschen helfen zu können und dem Wissen, dass in Krankenhäusern Entscheidungen getroffen werden, bei denen es nicht nur um das Wohl der Patienten, sondern auch um finanzielle Aspekte geht. Ein weiteres Beispiel. Sie interessieren sich sehr für Sprachen und möchten später viel verdienen. Sie wissen außerdem aus Recherchen, dass SprachwissenschaftlerInnen im Allgemeinen nicht so große Chancen auf Spitzengehälter haben wie AbsolventInnen anderer Fachrichtungen. Oder Sie wünschen sich eine starke Praxisorientierung schon im Studium. Dann wählen Sie die entsprechende Hochschule möglicherweise anhand dieses Kriteriums aus. Was Ihnen wichtig ist, spielt nicht nur bei der Studienwahl eine wichtige Rolle, sondern auch für Entscheidungen im Berufsleben oder aus dem privaten Bereich. Deshalb ist es keine verlorene Zeit, wenn Sie sich mithilfe des Workbooks mit Ihren Werten auseinandersetzen. Diese Reflexionen werden Ihnen später helfen, Entscheidungskriterien für die Studienwahl aufzustellen. Was sind absolute Musts und No-Gos? Was sollte bei dieser Entscheidung unbedingt berücksichtigt werden? Falls Ihnen jetzt schon Punkte einfallen, können Sie diese bereits jetzt im Workbook notieren und die Liste zu einem späteren Zeitpunkt fortführen. Also viel Freude bei der Beschäftigung mit dem, was Ihnen wichtig ist und bis zum nächsten Video.